und berlin flickt wieder mal seine löcher diesmal nicht die im staatshaushalt sondern die auf der straße für mehr reicht es ja leider nicht stattdessen müssen ja große prestigebauten errichtet werden oder aber man reißt gleich ganze straßenzüge auf irgendwelche kabel zu verlegen um sie dann gleich wieder aufzureißen radwege neu zu planen alles so dass der bürger richtig spaß hat fliegwerk alles fliegwerk und dann wundert man sich wenn es leute gibt die die schnauze voll haben und entweder autos anzünden wie die autonomen oder ausländer verprügeln die rechtsradikale das mit den ausländern ist natürlich wieder mal basierend darauf dass sie vor allen dingen islamistische ausländer die friedlichsten der welt sind das hat man ja gerade wieder gesehen man darf alles bei ihnen tun nur nicht auf popkonzerte gehen am strand spazieren auf weihnachtsmärkte oder andere dinge tun wobei ich jetzt bei den popkonzerten noch nicht ganz sicher bin das wird sich erst heute abend her also ich weiß es jetzt noch nicht ob es wieder der hintergrund hat dass die islamistische kamel fika waren oder ob das jetzt ein anderer grund war weswegen das karjana grand konzert in manchester so blutig geendet ist